Katrin, Prinzessor Fales, trug sie Mekhans Hochzeit wirklich weiß? Katrin, Prinzessor Fales, 41, soll angeblich den wohl schlimmsten Hochzeitsfoppa begangen habe, bei der Hochzeit von Prinz Harry, 38, und Herzogin Mekhan, 41, im Jahr 2018 soll sie, genau wie die Braut, in weiß zur Feierlichkeit erschienen sein. Durch einen viralen Tweet wird die Diskussion weiter angeheizt. Dieser zeigt auch die heutige Königsgemahlin Camilla, 75, bei der Hochzeit von König Charles, 74, und Prinzessin Diana, 36, in einem vermeintlich weißen Kleid. Doch stimmt das so wirklich? Im Video sehen Sie, was dahinter steckt. Verwendete Quelle, newsweek.com